so leute hier im karton geht es richtig ab endlich habe ich es jetzt auch privat für zu hause und nicht nur für shooting und so weiter denn jetzt ist es halt offiziell bei mir im regal und am sonntag wird es euch zur verfügung stehen nicht nur hier die ganzen protein pancake wie sagt man hier auch schokosirup und das kennt ihr ja alles schon die ganzen barbecuesauce tomatenketchup da haben wir hier curry und dann haben wir hier das müsste genau erdbeersirup auch noch mal für die protein pancakes und jetzt leute das ist ja so guck das weg an leute das ist so geil dass ich das jetzt endlich haben folge schokolade mit protein füllung alles schön auf protein basis haben wir ja weiße schokolade auf protein basis hier nochmal weiße schokolade vollmilchschokolade und hier auch richtig geil passt auf auch schön kalorienarm hier vollmilchschokolade mit wenig zucker hier genauso aber das ist so geile ware hier die grissinis hier knäcke bot leute 100 natürlich kein palmöl und hoher proteingehalt leute im knäcke bot und das ist das geile versteht ihr was ich mein schön am sonntag und hier schokospread und so auf protein basis dann gönne ich mir gleich eins und dann gehe ich schön zum training dann haben wir hier nochmal erdnussbutter leute erdnussbutter mag ich auch sehr sehr gerne überleg mal wo neosabs jetzt hingekommen ist leute was wir mittlerweile alles haben bin ich so ultra stolz drauf auf jeden fall sonntag um punkt zwölf uhr wird alles released für euch auf neosabs.com skyler und ich haben jetzt eine schöne fahrradtour gemacht wir waren vier km unterwegs und halbe stunde sind wir gefahren skyler hat das richtig gut gemacht wie war die fahrradtour die war gut ne und wir haben sogar kenny mitgenommen und 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 ich bin vom fahrrad gefallen und skyler ist vom fahrrad gefallen aber nur weil ich gesagt habe fahren wir da durch denn da war so stank das war so du kennst diese versetzten stanke so ein durchgang und da musst du so ganz lange mal so durchfahren und das hat sie fast geschafft und das ist ja immer umgeplumpst aber war alles gut ne wir haben sogar beide gelacht richtig so witzig wie sie seid nicht umgefallen man muss ja ganz langsam so durch und richtig die balance halten und irgendwann ist sie einfach so links zur seite und frau schüler macht ein paar schöne leckere käse wo ist denn hier unsere kampfmaschine oder wenn tenni trinken er nimmt alles auseinander ja da hat er einen knochen bekommen vom frauchen ja 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 so gut gemacht so jetzt gönne ich mir erst mal einen kleinen snack und danach leute gibt es wieder den live stream auf flygo.tv da kommt auf meinen kleinen gaming kanal und dann zocken wieder schön super mario 64 und sammeln die sterne der gestrige stream war echt richtig geil so leute und passend dazu gönne ich mir hier schön das pasta gewürz ihr seht hier wofür das alles ist und zum beispiel auch hier hausgemachte pizza oder das ist ja so eine art pizza schon aus dem ofen und dann können wir hier jetzt ganz langsam riechen das so ein bisschen schädig und dann sind die dran du merkst auch durch diesen fein geruch dass es nicht so eine art abfälschung ist vom gewürz nicht irgendwelchen zusätzlichen krimskram sondern viele sind ja mit salz wird sich gestreckt und dann kommt ihr zum schönen nostalgischen stream heute mit dem thema n 64 super mario 64 mit der all stars version also schreibt ab und geht